Könnt ihr mich alle sehen? Ja. Könnt ihr mich alle hören? Ja. Hallo. Hallo. Kennt ihr ja schon. Hallo. Hallo. So. Wir haben es mal wieder geschafft. The same procedure as every year, hat man gesagt. Yes, with Sophie, I do my very best. Hat er gesagt. Und okay, wir haben mal probiert, wieder unser Bestes zu geben. 22. Schülerjahreskonzert. Ursprünglich war geplant, mal wieder etwas ganz bunt zu kriegen, aber es sind zu viele. Ganz kurz noch zu der Schule. Die Hip-Hop-Kultur, sie drüben nach oben, sie trudeln langsam ein, haben die Berührungsängste verloren, was sozusagen, dass man auch ganz moderne Musik machen kann mit Bildung, mit Hintergrund. Und, aber da haben wir uns dann entschlossen, das irgendwie separat zu machen, weil wir haben Angst, dass die Kronleuchter unterfallen oder in Schwingung geraten. Und, das wissen wir noch nicht, wo wir das Konzert geben werden. Jetzt aber zu heute. Heute haben wir mal wieder was super. Heute ist Klavier angesagt einfach. Reines Klavier. So, und da haben wir auch noch was ganz Spezielles, die Querflöte und auch noch Panflöte. Und da haben wir die Katharina Soffel. Wir sind da schon. Ah, da ist sie. Wir haben ja auch die Berufsfachschule und wir wollen ins Schulfach, ins Lehramt für Musik. Und sie ist jetzt leidlich dabei und probiert, ihre Aufnahmeprüfung hinzukriegen mit Querflöte und Klavier. Das wird sie auch mit Sicherheit schaffen. So, jetzt haben wir mal viel vergnügen, was da so alles heute auf uns zukommt. Sie wird mit dem Eismann. Und viel Spaß. Ah, noch kurz was. Vielen Dank erstmal wieder an die Räumlichkeiten hier in der Fassonarie. Ja, Zantra unterstützt ja im Besuchstuhl im Kern mehr Großstuhl, würde ich sagen. Wenn ich euch verrate, was der Raum normalerweise kosten würde, könnte ich mir das nicht leisten. Aber vielen Dank also an die Fassonarie und das machen die auch hier ganz toll. Hinten haben sie so ein kleines Befähchen aufgebaut für die Kinder. Alle Mitwirkenden kostenlos hinten einfach hingehen, mich was zu essen und zu trinken holen. Die Erwachsenen müssen nötig. So, jetzt mal viel Spaß mit der Klavierklasse von Herr Rabe und von Herr Kamanski. Viel Vergnügen. Nach dem Herr Rabe machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter mit der Klavierklasse von Herr Kamanski. So, jetzt mal viel Spaß. Ja, wir wollen beginnen mit meiner jüngsten Schülerin, der Lili Wendel und die spielt aus der Schraubenkladierschule, der heiße Mann kommt. So, jetzt mal viel Spaß. So, jetzt mal viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 der Amelie Kontin Rüttelabrennig Amelie Kontin 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 Vielen Dank. 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 Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Amen. Amen. Applaus So, Hannah Zeslitz spielt jetzt von Frederic Chopin das Nocturne in S.U. Amen. Applaus 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 Amen. 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 Zum Schluss hören Sie jetzt noch Markus Warrer mit dem ersten Satz einer Sonate von Wolfgang Amadeus. Amen. 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 Wen ich kanns nicht. Wir machen eine kurze Pause. Kinderlein bräselt euch und zehn Minuten für die Stunde. Dann kommen Herr Gamal�. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.